hallo heute will ich mal über thema sprechen was allgegenwärtig ist ob man will oder nicht muss schon wieder schmunzeln weil ich an die ganze leute denken muss vielleicht müsst ihr jetzt schmunzeln oder seid einfach nur genervt wenn ich das thema jetzt gleich direkt aussprechen weil die meisten hassens die andere liebens sieht halt jeder wie er will und zwar geht es heute um das thema smart phone handy deswegen muss schmunzeln bin letzter zeit öfters mit der bahn unterwegs oder ich habe das dinge eigentlich wenn es geht selten in der hand als ich vermeide es wenn ich in der öffentlichkeit bin sein die wenn es nicht sein muss oder smartphone in der hand zu haben aber wenn man den leuten zuguckt laufen auf dem gehweg sind total fixiert aus handy die kriege gar nichts anderes mit oder letztlich saß eine auch in der straßenbahn hat das ding auf dem schoß gehabt und die ganze zeit drauf geguckt drauf geguckt die hat eigentlich nur gewartet bis irgendwie whatsapp kommt nachricht kommt irgendwas kommt die war total auf das ding fixiert was ich ganz schlimm finde das sieht man sieht man wunderbar aus der straßenbahn raus autofahrer die während der fahrt teilweise message tippe oder aufs handy gucken wirklich konzentriert und kaum noch was vom verkehr mit kriege wie gesagt das kann jetzt jeder sehen wie er will ihr könnt mal fluch kommentare reinschreiben in meinem ding würde ich mich auch darüber freuen schreibt man kommentare ich mich würde interessieren wie ihr das seht oder wie ihr darüber denkt wenn das hier ja wenn das hier einer der wichtigsten dinge ist in eurem leben und das ist jetzt nicht böse gemeint macht euch bitte massive gedanken was bei euch falsch gelaufen ist oder falsch läuft wenn das hier das medium ist mit dem ihr ausschließlich mit anderen menschen kommuniziert anstatt privates persönliches gespräch zu bevorzuge oder sozial kontakt zu haben mit menschen und nur noch über dieses ding mit eurer umwelt kommuniziert und vom eigentlichen leben nichts mehr groß mit kriegt wie gesagt ist nicht böse gemeint aber macht euch dann bitte 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 wirklich ernsthafte gedanken was in eurem leben falsch gelaufen ist ich wünsche euch viel glück selbsterkenntnis macht langsam mit einer dinge und für die zukunft sucht mehr den persönlichen kontakt im zwischenmenschlichen der erklärbär wünscht euch eine schöne restwoche verbleibt mit freundlicher liebe nette grüße und ich freue mich jetzt schon auf eure kommentare